Aber es sieht, es sieht nice aus. Das muss man, ja, aber das wusste man ja schon vorher. Oh, guck mal! Oh, warte. Irgendwie mal hier so ein bisschen. Frag mich, ob das nur, ob das, ah ne, das sind nur so Dinger. What? Das ist ja nice, es gibt sogar ein Game-Over-Screen. So, warte mal, den, den Coin holen wir uns noch. Moin, Leute! Endlich Wochenende. Und was könnten wir denn mal wieder besser spielen als ein wenig Happy Wheels? Wir beginnen mit Sargent Skordos Level und das nennt sich Paluten Farbenfroh. Okay, da hat alles in Caps geschrieben. Das ist ein Fix von Paluten is the King. Dadurch, dass mein allererstes Level war, habe ich ein paar Fehler gemacht. Trotzdem viel Spaß beim Spielen. Mal gucken, ob mir das Level überhaupt noch bekannt vorkommt. Viel Spaß beim Spielen. Jetzt gerade, just in diesem Moment, wirkt das völlig neu für mich. Könnt ihr mal gerne schreiben, ob das jemandem irgendwie bekannt vorkommt. Oh, okay. Alles easy. Weil, aus meiner Erinnerung wurde das komplett gelöscht. Vielleicht haben wir das auch nie gespielt. Obwohl, das kommt mir bekannt vor. Mini-Bottle-Run. Ja, aber das ist... Also, ich verstehe unter einem Bottle-Run eigentlich immer sowas wie Boost und dann ganz, ganz viele Bottles. Dementsprechend war das mehr so ein Bottlesprung. So, Paluten farbenfrei. Oh, oh. Von Bab-Utsche-E. Hi, Paluten und andere. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Level. PS ist mein erstes Level. Ja, da kommen ein paar erste Level. Da bin ich mal gespannt. Und vor allen Dingen ist da ein Super Mario Level da hinten. Okay, schauen wir doch mal. Da sind, äh, hundsgemeine Jets, die einen meistens immer komplett, wow, töten. Oh, schöner Speed beim Level. Das gefällt mir. Jetzt werden wir hier mal so ein bisschen nach oben geschleudert. Ich mach mal lieber die Drehung, sonst geht das so in die Hose. Oh, nein. Okay, das war... Da war ein Fehler. Na toll. Jetzt haben wir natürlich ein Problem. Nee, haben wir nicht. Schön gelöst. Obwohl man dann nach unten fällt, dass es trotzdem noch alles funktioniert. Also bis dato gefällt mir das Level wirklich sehr gut. Okay. Jetzt geht... Oh, hier müssen wir abspringen. Nein! Oh Gott, ich halte mich doch am Victory Fest. Nein! Äh. Ja. Ach Gott. Na toll. Das ist ja... Ich guck mal, mein Kopf ist sowas von... Der, der... Das ist ein Kopfball. Ein Kopf-Victory. Hör... Nein! Ach, komm, okay. Einmal können wir das noch tryen, weil das war eigentlich ein... Oder ist ein schönes Level. Oh, oh. Jetzt haben wir ein bisschen zu viel. Oh, oh, oh. Oh, nur den Sohnemann verloren. Easy. So, jetzt müssen wir hier nach oben geschossen werden. Elegant. So, vorsichtig. Oh, hier können wir doch nochmal einen kleinen... Ja, ich glaub ein dreifacher. Ah, den dreifachen hätten wir, glaub ich, doch noch geschafft. Ah, jetzt ist natürlich... Jetzt haben wir ein kleines Problem. Wir müssen richtig Turbo machen. Damit wir jetzt hier gleich den Sprung... Wir machen einfach Links-Rechts-Taktik. Nein! Komm, 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 komm. Jawoll! Ja, und da ist er doch. Der Victory. Sehr, sehr schönes Level. Das hat mir wirklich gut gefallen. Palooken Fail von LP mit Kuri. Hi, Palle. Das ist mein erstes Level und es ist ein bisschen durcheinander, weil ich keine Ideen hatte. Okay, bitte keine Links-Rechts-Taktik. Hi, ne Links-Rechts-Taktik. Oh Gott. Hi, Palle. Ist nur eine Demo zum Spielen. Habt den Editor gar nicht verstanden. Aber auch egal. Viel Spaß. Hm. Oh Gott. Okay, okay, okay. Also ich meine, ein paar Sachen hat er ja hier hinbekommen, aber... So ganz überzeugen kann mich das Level nicht. Aber das ist ja auch gar nicht so schlimm. So. Yo, ist richtig! Was ist los hier? Also, ich muss sagen... Komm, 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 komm. Ja, und dann... Ich... Ey, Leute, seid mir echt nicht böse. Das Level wurde am 10. Äh, am 4.10. erstellt. Und ich sag's ja wirklich oft genug. Bitte keine Slow Parts in der Mitte. So, Paluton Easy von Kales Kraw HD oder so. Hey, Palle und andere, hier mal ein kleines Level für dich. Es ist mein erstes Level. Also bewertet es fair. Hullo! Gucken. Ich meine, das ist auch sein erstes Level. Der scheint sich ein bisschen mehr damit auseinandergesetzt zu haben. Hä, was stand da? Stopp! Hä, ich bewege mich irgendwie automatisch? Hä? Ich konnte nicht richtig bremsen. Warte mal, ich mach einfach mal richtig Speed hier, damit wir hier... Gut! Aua! Warte, warte, lass mich... Vielleicht falle ich ins Ziel. Wir werden beinahe wirklich ins Ziel fallen. Okay, warte mal, ich warte eine Sekunde. So, und jetzt, 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 jetzt. Sprung. So. Nein! Nein! Verdammte Kiste! So, jetzt komm, jetzt hier. Speedy gone. So, alles! Ja, wir leben! Läuft bei uns! Victory! 7,33 Sekunden Tipp. So, Paluten erstes Level von Geo-Key HD. Es ist sehr leicht und kurz. Ich hoffe, es gefällt dir. Palle und alle anderen fleißigen Spieler. Du schaffst das! Hör auf, ich mach. Du musst entkommen. Da klingt... Willst du mich... Ah, das... Wow, okay, okay, okay. Die Bobbles sind fake. Aber der Rest ist echt. Oh. Alter, was... Heute rushen wir aber auch durch die Level wie nichts Gutes. Paluten erstes Level von YouTube Mobile. Hey, Palle, ich hoffe, euch gefällt mein Level. Scroll runter. PS, Paluten ist cool. Das ist aber ein sehr nettes Kompliment. Dankeschön. Meistens steht da nur... Paluten! Nein, meistens steht da... Hullo! Etc. Auch hier wieder der Slow-Part. Also... Ich denke mir eigentlich immer, dass das eifrige Happy Wheels Zuschauer... Oh. Eigentlich auch schon... Es ist ja nicht so, als würde ich das nur alle 100 Parts mal erwähnen. Obwohl, alles richtig gemacht. Slow-Part war am Ende. Und da... Ist aber immer noch unser Kopf weg. Oh, ich freue mich auf dieses Fall. Das ist von Just Tuggy. Und wir wissen, dass Just Tuggy richtig gute Level macht. Paluten erstes Level von Pal-XXXX. Hey, Palle, wie geht's? Ich dachte mir, ich setze mich an den Computer und mache ein Happy Wheels Level. Bin neu und werde mich verbessern. Benota ist in Schulnoten. Grüße, mein Bruder Sven. Hullo! Ja, schöne Grüße an meinen Bruder Sven hier. Ich glaube, das ist eher für den Segway-Typen oder so gedacht. Glaube ich zumindest. Ja, das sieht aber auch nicht besser aus. Opa? Oh, scheinbar für den Opa. Oh, wie soll ich... Warte, da vorne... Warte, drehen! Und zurück! Okay, das ist... Da geht volle Kanten in die Hose. Höh! What? Vor allen Dingen ist es einfach nur mein Kopf weggesplasht. Wieso? Was passiert denn hier? Oh, elegant drüber geflogen. Jetzt kurze Drehung. Nein, nein, bitte, 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 bitte. Jawohl! Oha, genau 8 Sekunden. So, jetzt kommt Paluten Mario World von JustTugi. Hey, Palu und andere Swag-Piraten. Das ist eine Demo. Diesen kleinen Teil zu bauen hat schon lange gedauert. Also sagt bitte, ob ich das Level zu Ende bauen soll. Ansonsten viel Spaß. Eure Tugi. Okidoki. Sieht schon mal sehr nice aus. Ist natürlich eine Demo. Ok, da bin ich jetzt. Kann ich auch hier gegenspringen? Na ok, ist ja nur eine Demo. Aber es sieht nice aus. Das muss man... Ja, aber das wussten wir ja schon vorher. Oh, guck mal! Oh, warte. Irgendwie mal hier so ein bisschen... Frag mich, ob das nur... Ob das... Ah, ne, das sind nur so Dinger. What? Das ist ja nice. Es gibt sogar ein Game-Over-Screen. Warte mal, den, den Coin holen wir uns noch. Dann versuchen wir diesmal, den zu überleben. Warte mal, ich muss ein bisschen früher abspringen. Aber das ist ein richtig schönes, super Mario-Level. Jetzt muss ich hier wahrscheinlich runter. Zack. Fehlt im Grunde genommen nur noch ein bisschen Musik. Demo! Aber eine richtig, richtig schöne Demo von dir, Tugi. Schmackhaft auf jeden Fall. Paluten-Level-Mix von Yonlon Swagger. Hey, Palle, das hier ist ein Mix aus unfair und hart und fies und schwer und diesem ganzen Zeug. Am Anfang nicht bewegen. Folge den Pfeilen, wenn es welche gibt. Sorry, dass ich so lange kein Level gemacht habe. Aber meine Mutter hat gesagt, ich bin zu fett. Okay. Wir starten einfach mal. Ich meine, wir sollen uns am Anfang nicht bewegen. Alles easy. Und irgendjemand schreibt mir hier gerade. Oh, da fragt jemand, ob wir Schnitzel satt essen gehen. Oh, was ist denn bei meinem Vorderrad passiert? Weil es gibt so Coffee Day Soul. Da kann man immer so Schnitzel oder Pizza satt essen. Letztens waren wir schon mal da. Aber da gab es das leider nicht. Das war sehr schade. Ich hätte gerne Schnitzel sackiges. Also so all you can eat Schnitzel. Ist eigentlich ganz nice. Oh, oh. Oh, oh. Okay. Nochmal. Oh, ich durfte hier nichts drücken. Aber trotzdem ist mein Vorderrad kaputt. So wie beim letzten Mal. Aber diesmal hat es auch, glaube ich, so ein bisschen... Nee, ich mich töten. Eh. Oh. Osmo Speed. Osmo Speed. Okay, jetzt fliegen wir, glaube ich, ein bisschen zu weit. Oh. Jawoll. So, ein bisschen nach hinten. Nein. Oh Gott. Toll, das mit dem Vorderrad, ey. So, Vorsicht. Nein, nicht da runter. Das Einzige, wo man runterfallen kann und mein Handy vibriert gerade. Du Hund. Okay, nicht bewegen, Pilizzle. Alles in Ordnung. Zack. So. Jetzt mal ein bisschen Tempo machen. So. Zack. Oh, oh. Okay, wir halten es schon mal so, weil wir werden gleich gegen die unsichtbare Wand knallen. Perfekt. So, ein bisschen zurück eiern. Na, da einen kleinen Tick. Kleinen Tick. Oh, der Tick. So, los geht's. Zack. Na, komm. So, und jetzt links. Nein, 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 nein. Lass mich... Oh, du tätest mich. Oh, Hund. Na, endlich. So. Den, den, den. Den, den, den. Oh, eh, oh. Baloo. Oh, eh, oh. Da, da. Und dieses eine ding diese diese Bitte hör auf mich zu töten. Hör auf mich zu töten. Dankeschön. Oh, yo, wie soll ich denn da Komm, 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 so warte mal in der Mitte und jetzt Okay, ich würde mal sagen wir haben hier wirklich genügend zeit investiert Palutenkorts von Mardsmart LP. Hey, Palle, falls es nicht ausgewählt ist, nimm den Radfahrer. Das Level ist sehr kurz. Wollte nur wissen, ob ich Für dich Level machen soll oder das scheiße ist und ich keine Level mehr machen soll Das kann ich dir sagen. Okay, es ist zumindest nicht komplett Standard. Ist gut Alles gut. Es ist ärztlich. Also Was? Das soll eine Kuh sein Das ist die schönste Kuh die jemals in meinem Leben gesehen habe Die ist wirklich Könnte, könnte Oh, okay, das war Wie war das Level soll ich das weiterführen? Du kannst auf jeden Fall weitermachen. Das war ja nicht schlecht. Um Gottes Nur ein bisschen gameplay hat gefehlt Ähm, so, Panuun Impossible von Lol Journey, Lol. Bitte bewerte es nach Schulnoten. Ich hoffe es gefällt dir. Scroll runter Also, ich meine, muss man da überhaupt irgendwas machen? Also, das ist ja nicht der Sinn eines Levels. Also, das ist jetzt eine 4 bis 4 Minus Weil, ne? Das war ja gar nichts. Also, es war schön gescheit. Du hast nicht die Standard-Texturen benutzt oder so Aber man muss ja bei dem Level gar nichts machen. Das war so ein Mini-Don't-Move Mini, 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 Mini Don't-Move Palutenhülle von Clawax Hey, Peter, das ist mein erstes Level. Ich hoffe, du hast Spaß. Grüße bitte Dennis von mir Oh, schöne Grüße an Dennis Aber Die Frage ist, wieso hat das Level so eine schlechte, schlechte Bewertung? Das ist Okay, jetzt weiß ich, warum Weil das Level ziemlich kurz ist. Aber ich meine So wenig Punkte, weil Ich finde, das sieht gar nicht so schlecht aus Gib mir den Victory Achso, jetzt weiß ich, weil er hat mehrere Victories, glaube ich, übereinander gesetzt. Das ist natürlich Das ist ein No-Go, Bro So, Palutenhub von YouTube-Gucker. Hey, Palutenhub, hier ist mein erstes Level für dich. Ich wünsche dir viel Spaß Hallo, Palutenhub, das ist mein erstes Level. Bewertet ist bitte nicht zu streng. Viel Spaß Ähm, okay, jetzt gibt's hier runter Kleiner Kleiner Bottle Run Das hast du großartig gemacht. Herzlichen Glückwunsch Ich glaube, er hat seine Sterne schon verdient Freefall von Hunch123. Viel Spaß mit meinem Level Okay, sieht sehr standardmäßig aus Drücke Z Okay Au Nein, was? Da muss ich doch gar nicht Z drücken Okay, das ist auch wieder Weiß ich, das wirkt einfach so hingeklatscht Also ist ja jetzt nichts Nichts Weltbewegendes drin in dem Level Oh, vor allem, ich weiß, wenn ich mal, wo man hinfliegen muss Warte mal, okay, wir machen es einfach so, wie es im Level steht Drücke Z Okay, da haben wir den Victory Palutenhub, erstes Level von Fabian vom Berg Hey, Palutenhub, nur eine andere Die ist mein erstes Level, also Bewertet ist nicht zu streng Und Palutenhub sagt bei der Videos, wann ist man freundlich Fabian Wieso schreibt ihr immer das Gleiche? Okay, das ist noch Okay, die ist ganz gut gewesen, die Mine Okay, da hätte man aber rüber gemusst Komm, 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 komm Jawohl Nein So, jetzt aber Oh Gott, kurze Drehung und wir sind tot Nein, wir sind noch nicht Nein, wer uns ist Ey, wir hätten das beinahe geschafft, Leute Nur mit dem Unterkörper unten drinnen Oh Gott Ey Oh, verdammt, was soll das denn? So, warte mal Oh, jetzt mal Nein, stopp Stopp Nein Oh, wir leben noch Ja, okay, das war's Was ist denn das? Ich will doch immer nur Gas geben Ich lehne mich dann so ein bisschen nach vorne Oh nein, wir brauchen natürlich auch Jetzt, 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 jetzt Das kann Nein Ach komm, ey Das ist auch so schlecht designt das Level Komm Warte mal, was Ich brauche einfach ein anderes Timing Das Blöde ist aber auch die Ich kann nicht mal richtig sehen, wo das Ding ist Weil das schon die Mine ist Und ich muss ja Ja, ich werde wieder weggesnackt Komm, lass uns weitermachen Wir machen jetzt nochmal Paluten Yellow Rope Oh, von Plempline Hey, Palle Nach langer Zeit nochmal ein Level von mir für dich In erster Linie Ich hoffe Es ist zwar nicht sehr lang Aber ich hoffe, es gefällt dir trotzdem Am Ende ist noch etwas eingebaut Was ich vorher noch nie so in Happy Wheels gesehen habe Viel Spaß Da bin ich gespannt Da freue ich mich drauf Plempline hat immer gute Level gebaut Guck mal, da bin ich elegant durch so einen Ring gesprungen Das will jetzt gleich weggehen Okay Oh Snack Oh Okay Longest Rope Fly so far as you can Okay Ich hoffe, meine Arme Snack nicht weg Okay Oh, verdammt Wir sind gut Like a bird Ich würde es ja gerne Aber das Warte mal Einmal Ich glaube nicht, dass wir Wir hatten nicht den perfekten Winkel Das war Flugnote Bis zum nächsten Mal Tschüss, ha 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 Vielen Dank.